Drei, zwei, eins, los. Der war echt voll Stress. Ich habe Ihnen hier, oder uns, einen Buzzer mitgebracht. Und den werde ich immer drücken, wenn Sie etwas nicht so gut erklären. Oder wenn Sie sich so drumherum reden. Mal angenommen, Sie würden Bundeskanzler werden. Woran würde ich das zuerst merken? Ich würde Volksentscheide einberufen, also dass die Bürger sozusagen mitsprechen können, dass die Entscheidung der... Kurz kurz? Ja. Für Kinder, was ist denn ein Volksentscheid? Ein Volksentscheid ist, dass die Bürger des Landes mitbestimmen können, was in diesem Land passiert. Und das ist dann mit einer Abstimmung? Das wird eine Abstimmung, würde eine Abstimmung sein. Was bedeutet Cringe? Ich kenne den Grinch als Film, mehr kenne ich nicht. Nee, das bedeutet so Fremdschämen. Aha, kenne ich nicht. Was ist ein Let's Player? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist jemand aus dem Social Media Bereich, der Computerspiele spielt und das wird veröffentlicht. Aha. Welcher deutsche Musiker hat vor kurzem das Album Musketiere herausgebracht? Bin ich überfragt, weiß ich auch nicht. Das ist Marc Foster. Ah, okay. Sie haben ja selbst drei Kinder. Können die vielleicht etwas, was sie nicht so gut können? Sie können sicherlich besser mit dem Internet umgehen. Mit Technik sind sie wesentlich affiner als ich. Sie wollen außerdem an den Schulen mehr deutsches Kulturgut einführen. Was bedeutet das eigentlich? Wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist, ähm, da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein. Vielleicht Ihr Lieblingsdichter? Heinrich Heine. Guck mal. Wie schauen Sie, wenn Ihre Lieblingsmannschaft im Eishockey gewinnt? Wie gucken Sie, wenn Ihre Kinder gar kein Fleisch mehr essen? Ich will wissen, warum. Wie schauen Sie, wenn Sie immer zu Fridays for Future einlädt? Ja. Sie und Ihre Partei glauben außerdem nicht, dass Menschen den Klimawandel verursacht haben. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was ganz viele Forscherinnen und Forscher sagen. Wie kommen Sie denn eigentlich darauf? Wir sagen, dass es einen Klimawandel gibt. Wie weit der Mensch Einfluss hat auf diesen Klimawandel, das bezweifeln wir. Das Wetter und das Klima hat sich immer verändert und wir als Menschen müssen uns anpassen. Sie waren ja auch mal, oder sind immer noch Malermeister. Und wir ziehen jetzt abwechselnd eine dieser Karten. Da stehen Wörter drauf und die müssen wir probieren zu malen. Okay. Und der jeweils andere muss es erraten. Okay. Meinen Sie einfach, dass es los ist. Naja, ich muss überlegen. Ich muss keine Schönheit sagen. Frau? Ja. Familie vielleicht? Du hältst Sie die Hände immer. Frau Merkel? Das ist in welchem Amt? Bundeskanzlerin. Sehr gut. Das ist nur ein Wort? Ich weiß nicht, ob das da oben eine Tasse sein soll oder ein Tropf. Ach so, jetzt erkenne ich das unten. Das ist sicherlich unten ein Maskenzeichen. Also hier ist Maskenpflicht. Ja, genau. Maskenpflicht. Berlin? Oh ja, super. Passt doch. Berlin. Richtig. Das ging ganz schnell. Bis zum nächsten Mal.